Hi liebe Bienenfreunde, mal einen kurzen Blick in die Goldroute. Hier geht es irrsinnig ab. Klar, ich habe hier meinen Ablegerstand und hier sind viele viele Bienen und auch viele Wildbienen. Einiges an Furchenbienen gibt es hier und natürlich Fliegen. Die Goldroute ist echt beliebt. Ja, da drüben haben wir noch Mädelsüß. Wenn wir hier vorne zoomen, da haben wir einen Bach und hinten dran ist so ein bisschen ein Tal. Da gibt es Mädelsüß, da gibt es allerdings auch Springkraut. Aber am tollsten ist hier einfach so, dass die Goldroute, da ist irrsinnig viel los. Da ist ein irrsinniges Nektar- und Pollenangebot. Hier müssen wir mal drauf gucken. Da ist ja nicht nur eins, sondern das sind echt viele. Ein paar Bienen sind auch dabei, aber viel, viele Schwebfliegen sind hier. Echt interessant, interessant. Und darüber mal kurz hingesoomt. Hier stehen einige Ableger rum. Mit dieser herrlichen Apfelbaumplantage. Direkt am Bach. Fantastisch. Tolles Plätzchen hier. Gefällt mir gut. Schön, dass es geklappt hat hier. Wie gesagt, hier habe ich einen Ablegerstand und hier hole ich jetzt die Ableger ab, um die Völker noch größer zu machen, nach Kunstschwärmen. Und ja, mittendrin. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich habe noch ein bisschen was vor heute, aber jetzt mache ich erst mal in der Mittagshitze Pause, weil da machen die Bienen auch Pause. Bis bald. Ciao.